Ich bin mal kurz auf Snapchat. Ah, du bist schon durch! Geil. Verzieh dich! Alter. Bitch. Alter, du willst mich verarschen, oder? Eigentlich nicht. Ich hab die Wolle schon, ne? Ich weiß, viel Spaß. Du bist so ein Pedder, ey. Du bist so ein Pedder. Du sollst ja nicht alles sonst hier oben oben gestanden haben. Und du frisst die Gyps, Alter. Schlappe. Ja, sieh zu. Sieh zu, wie ich dich da noch vernichten werde. Ich peitsche hier mein Püppel ins Gesicht. Ja, meine Damen und Herren. So zieht mein LPS künstlich die Länge. Das war jetzt scheiße. Mann! Mache niemals ein Double Jump. Ich hier. Ich hör's. Alter, zweimal genau gleich. Du bist so ein Mongo ernsthaft. Weißt, ich bin mir sicher, äh, äh, äh. Innerlich lachst du dir gerade richtig ins Fäustchen. Naja, schweig lieber. Nö, nö. Mich freut's eigentlich nur, dass du auch nicht Geschiss kriegst. Ja, aber ein Ticken besser hier. Sagst du Bug und so, ne? Jetzt mach schon mal die Stufen hoch. Wirst du sicher gehen hier? Ja, schon. Scheiß doch, die Rolle hab ich. Wie hast du? Ich hab vier. Zwei. Ha! Warte, welchen nehmen wir jetzt? Den blauen. Haben wir den blauen nicht schon gemacht? Nein. Wir haben lila gemacht. Wo ist blau? Wer da? Wo ist blau? Ah, lass hinten gerade den hellgrün nehmen. Wo ist hellgrün? Geradeaus durch. Oh, Alter. Boah, ich muss furzen. Ja, mach's ins Mikro. Kann ich, warte kurz mal. Die Frage ist gerade, wie durfte er weiter und will gleichzeitig ins Mikro furzen? Nein. Rein da. Ja, danke schön. Ja. Kuchen. Okay, das ist ein weiter Jump. So knapp. Kuchen ab. Shit. Ah lol, alter. Der ist echt arschweit. Einmal bin ich drauf gekommen. Go. Boom. Doll, ne? Kommt da irgendwie nicht drauf, ne? Musst du ganz spät loslassen. Also. Man merke sich, Julans Schwächensinn Sprünge. Ja, jetzt war ich drauf. Ich bin gleich drüber gejumpt. Zum Glück geht es in Minecraft nicht um springen. Adventure Maps. Auch nicht, bestimmt nicht. Uiuiui. Verkackt. Wie lange brauchst du noch? Du lagst mal wieder. Wie lange brauchst du noch? Ich war schon zweimal drauf. Ob ich jedes Mal verkleidet, das los zu saßen. Warum rennt denn der? Geht gar nicht klar. Merke, diagonal springen bringt nichts. Hm. Ach so, das kann sein, dass die dann aus sind. Ja, ich hab's geschafft. Was bringt denn der Schalter hier dann? Julian? Ja? Warte, warte mal. War bestimmt drin. Nix eigentlich als Maul. Du musst, äh, da anfangen. Wo? Äh, hinter dir. Ach so, da. Ernsthaft Sticky Pistons dran. Mhm. Geschafft. Zweiter auch geschafft. Äh, ah. Ja. Was macht dieser rote Button? Ich hab keine Ahnung. Einfach alle umlegen. Hast du's schon umgelegt? Ja. Scheiße. Ja, ich hab's hier alle umgelegt, Alter. Keiner hatte Chance zu überleben. Sehr dumm. Sehr dumm. Gut, dass hier ein Checkpoint ist. Echt? Echt? Bisschen zum zweiten Mal vom ersten Block runterfallen. Hier ist billig. Hier waren mal, ähm, Druckplatten drauf. Aber das normale Pistons sind, äh, hält das halt nur für eine. Also für einmal, äh, drücken. Alter. Ich pack die Sprünge da nicht. Welche? Grad neben die hab ich irgendwie, irgendwie nicht hingeschickt. Boah. Um die Leiter rum. Da hab ich den, ich, ich vergesse aber zu springen, weil ich kein Bock hab. Ja, war vielleicht da drauf, ne? Hast du angemacht? Nein. Warte. Doch, hast du. Klar hab ich. Okay. Nö, ist nicht. Bitteschön. Shit. Ja, versuch's. Was machst du da? Wir tauchen gehen. Darf ich nicht im Wasser tauchen gehen, Runde? Nee, Alter, du musst dreckig bleiben. Schade, ich dachte, hätt ich runtergehauen. Oh, dreckiger... Bastard? Nein. Nein. Ah, du wolltest was anderes sagen. Sag ruhig. Klack. Es wäre eine Beleidigung für eine Religionsgruppe gewesen. Atheisten. Was? Atheisten. Was? Ja, ich bin schon mal hochgegangen. Ich hab keinen Bock zu warten, bis du fertig bist. Aber hier ist gut. Komm mal her. Ich stake dich. Ich kitzel dich mit meiner Feder. Äh... Hellgrün? Da waren wir gerade. Oh. Äh... Lass mal auf den Vorsprung hochgehen. Das war knapp. So. Da drüben ist blau. 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 Äh... Was ist das denn? Was ist das denn? Ach, gut. Ne, lol. Hey, gut. Waren wir schon. Das wird hier bald... Wir töten Schweine LP. Ich weiß ja nicht, wo du hinrennst, ne? Aber der Eingang zu blau ist hier. Hä? Meinst du das ist... Gate? Jupp. Jetzt hat er eine Feder vergessen. Wenn du meinst. Also ich bin gleich durch. Zwei Federn. Warte halt bis ich bei blau bin. Warte halt bis ich blau bin. Wo fang ich an? Unten. Alter, ich bin alles so gut wie mit... äh... Direkten Sprüngen durchgelaufen. Also ohne zu stoppen. Hongo. Ne, ne, Dirk. Dirk. Das schaffst du nicht. Hau ab! Nein! 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 Ich muss nicht durch sein, bevor du zurückkommst. Schaffst du auf keinen Fall. Ich bin nämlich schon wieder da. Nein! Lassen wir's? Ja, ich würd sagen, wir lassen's. Lol, am letzten hat's sich runtergehauen. Alter, die letzten zwei Sprünge sind richtig lang. Ja, aber richtig lang, ist lang wie mein Penis. Erstmal andere Seite geht, ne? Noll! Darf ich da nicht drauf und hab vergessen zu springen dann. Laut Überraschung. In 20 Minuten? Mutti nervt. Aber leider ist Mutti der Game Master. Was? Mutti nervt, aber leider ist Mutti der Game Master. Ich hab' gelaufen, ne? Alter. Das ist immer noch nicht fertig. Julian. Was? Das ist danach immer noch nicht fertig. Ja, sag bloß. Wo muss man denn dann lang? Das war für Close-Down springen, ne? Ja, wo kommt man dann hoch? Julian? Ja? Wo muss man hinspringen, dass man dann hochkommt? Also... Wo hoch? Äh, ganz hoch. Oh, ich pack das einmal rum. Ach, oh mein Gott. Alter. Not easy. Ja, wo geht denn... Wo geht denn... Wo geht denn der Aufgang da? Einmal rum... Ach, da muss man hin. Ach, da muss man hin. Ach, da muss man hin. Ich bin direkt auf die Pyramide gesprungen. Das bringt ja nicht viel. Ja, hab ich eben gemerkt. Okay, wie viele Blöcke hast du? Vier. Äh, ne, fünf. Fünf. Gut, dann haben wir, äh... Fuck, neun... Neun Volt-Blöcke brauchen wir, ne? Da fehlt uns einer. Ja, ich komm noch kurz hoch. Ne? Gewicht hat wir noch nicht. Ach sooo... Ja, so isch des. Scheiße. Uiuiui... Booyakalele... Ah... Wir müssen uns mal wieder diesen... Ranjit... Ranjit rettet die Welt...